Jetzt, jetzt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht mancher Knisch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei In der Weihnachtsbäckerei, wo ist das Rezept geblieben, von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschleppt in der Weihnachtsbäckerei? Bum, bum, gibt es manche Kleckerei. Bum, bum, ein bisschen Mehl und Müll, macht so manche Haftelig an Rüben große Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.